Hallo, hier ist wieder euer Christoph Spindler vom Webtings. Ich möchte euch heute näher bringen, was Fernwartung bedeutet und wie sie von uns genutzt wird. Fernwartung ist ein Zugriff auf entfernte Systeme zu Wartungs- und Reparaturszwecken. Größtenteils werden von uns Server und Arbeitsstationen sowie Notebooks über die Fernwartung betreut. Wir verwenden die Fernwartung, um Probleme unserer Kunden zu lösen, ohne physisch vor Ort zu sein. Der Vorteil unserer Kunden ist der Wegfall der Anfahrtskosten. Unsere meistgenutzte Fernwartungssoftware ist der Teamführer, der durch einen Doppelklick von unserer Website gestartet werden kann. Danach sieht der Benutzer eine ID und ein Kennwort, das er uns mitteilen muss. Ab diesem Punkt können wir dann auf das Gerät zugreifen, so als wenn wir selbst davor sitzen würden. Wir kontrollieren und warten auch regelmäßig die Server unserer Kunden, um im Vorfeld bereits Probleme zu entdecken und auszuschließen. Hier kommt der Windows Remote Desktop zum Einsatz. Dazu ist allerdings eine VPN-Verbindung ins Kundennetzwerk nötig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Christoph von Webtings.